Was ist Gewalt? Das Problem der Gewalt ist dunkel. Hannah Arendt. Gewalt füllt dann auf, wenn eine wirksame Ursache in Verhältnisse eingreift, die als sinnlich verstanden werden und durch Begriffe wie Recht und Gerechtigkeit bezeichnet werden. Walter Benjamin. Wo ist Gewalt? Jeder Staat wird auf Gewalt begründet. Leo Trotsky. Verträge, hinter denen kein Schleb steht, sind nichts als Lehrworte. Thomas Hobbes. Wo ist Gewalt noch? Sie ist schön wie die Sonne und erschreckend wie ein Ehr. Das hohe Lied der Liebe. Was Gewalt heißt, ist nichts. Verführung ist die wahre Gewalt. Gott holt die Frau im Lässe. Ja, schreit der Deutsche in ihrem Wahnsinn auf. Peitschen Sie auch mich? Oh, mit Vergnügen, erwidert sie, die Achseln zuckend. Aber wenn ich peitschen soll, so will ich im Ernste peitschen. Peitschen Sie mich tot. Leopold von Sacha Masoch. Wer ist Gewalt? Die meisten Menschen sind Mörder. Sie töten einen Menschen. In sich selbst. Stanislav Jerczynec. Was kann Gewalt? Es hilft nur Gewalt, wo Gewalt herrscht. Und es helfen nur Menschen, wo Menschen sind. Bertolt Brecht. Gewalt kann unterschieden werden in lozierende Gewalt, also wegweisende Gewalt, reaktive Gewalt, also Verwaltigung, und orthotelische Gewalt, also Mordgewalt. Jan Philipp Riesmann. Wie wirkt Gewalt? Wer die Gewalt als seine Methode proklamiert hat, muss die Lüge zu seinem Prinzip machen. Alexander Solzhenitsch. Warum ist Gewalt? Großtroll will herrschen. Und klein, toll geht's schlecht. Henrik Ibsen. Gewalt war für die meisten Menschen in den meisten Epochen ein normales Mittel im Umgang miteinander. Max Weber. Die Tendenz, das Heilige auszulöschen und es gänzlich zu eliminieren, bereitet die heimliche Rückkehr des Heiligen vor. Und zwar nicht in transzendenter, sondern in immanenter Form, in der Form der Gewalt und des Wissens um die Gewalt. René Girard. Der Hoffnusschen und ist schnutzend. Verstehen Sie das?